Sie hören Schmelzpunkt von Wolf Harlander, gelesen von Uwe Teschner, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Grönland, Diskobucht. Es war zu warm für diese Jahreszeit. Dazu brauchte er nicht auf das Thermometer zu schauen, er spürte es mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug, der seine Lungen mit der salzigen Luft füllte. Die Sonne brammte die letzten Schneefelder hinter seinem Haus weg, und der Boden war aufgeweicht und matschig. Kleine Rinnsale Schmelzwasser suchten sich ihren Weg den Hügel hinunter zur Bucht. In der Ferne schimmerte das Meer. Die Eisberge sahen auf der blaugrünen Wasseroberfläche aus wie winzige Inseln. Fischerboote und Ausflugsschiffe kräuselten das Wasser. Hinter ihm zog sich das Weiß des Gletschers Turm hoch bis zum Rand der Bucht, bereit, jederzeit zu kalben und neue Eismassen ins Wasser zu stoßen, so wie es seit Jahrhunderten wieder und immer wieder geschah. Der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen, eine Demonstration der Allmacht der Natur. Es mussten draußen 25 Grad Celsius herrschen. Das waren in Grönland verrückte Temperaturen, selbst jetzt im Sommer. Nanok Egel ging zurück ins Haus. Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee empfing ihn, dazu das typische Aromagebratenen Wahlspecks. »Wann musst du los?« Seine Schwester Sika schenkte ihm eine Tasse ein. Er füllte sich heißen Porridge in seine Schüssel und bedeckte ihn mit Zucker. Sika aß ihren Speck direkt aus der Pfanne, zusammen mit einer Scheibe Brot. »Ich starte um zehn mit meiner Touristengruppe,« antwortete Nanok. Er lebte mit Sika im Haus seiner Eltern. Drei Zimmer, schlicht und aus Holz gebaut und außen rot angestrichen. Es war eine Zweckwohngemeinschaft. Seine Schwester war 30 Jahre alt und noch nie außerhalb von Grönland gewesen. Sie hatte einen Job im Hafen, wo ihr Freund als Bootsführer arbeitete. Doch die beiden hatten sich bisher nicht dazu entschließen können, zusammenzuziehen. Das hat Zeit, pflegte Sika zu sagen, wenn ihr Bruder nachfragte. Obwohl er ein Jahr jünger als seine Schwester war, hatte Nanok das Bedürfnis, ein Auge auf sie zu haben. Vielleicht war es so etwas wie der Versuch, einen Ersatz für den Vater zu schaffen. Ihre Eltern waren schon lange tot. Doch Sika machte sich jedes Mal nur lustig über seine Bemühungen. Sie waren beide bei ihrem Großvater aufgewachsen, einem Mann, der die alten Inuitraditionen pflegte und alles Neue verabscheute. Dennoch hatte der Großvater den jungen Nanok zur Tante nach Dänemark geschickt. Er war in Kopenhagen zur Schule gegangen, fernab von zu Hause. Eine andere Welt, ein anderes Leben. Nur unterbrochen durch Besuche in den Ferien. Später hatte er eine weiterführende Sprachschule besucht und Seminare in Geschichte belegt, um dann eine Stelle bei einer Fluggesellschaft anzunehmen. Doch die Büroarbeit hatte ihn gelangweilt. Als ihm während einer seiner Heimaturlaube in Ilussisat eine Stelle als Fremdenführer und Outdoor-Guide angeboten wurde, griff er spontan zu. Seit vier Jahren lebte er nun wieder in der Heimat seiner Familie, seiner Vorfahren. Er liebte die raue Natur seiner Heimat, das Meer, die Menschen. Zugleich jedoch vermisste er die Vorzüge Dänemarks. Clubs, Theater, Kino, Restaurants, aber auch so etwas Alltägliches wie Zentralheizungen, Krankenhäuser und überall verfügbare Transportmittel. Dinge, die es auf Grönland kaum gab. Und noch etwas nagt an ihm. Es war ein winziger Stachel in seiner Seele. Er hatte noch keine feste Beziehung gefunden, keine Frau, mit der er zusammenleben wollte. Seine letzte Freundin in Kopenhagen, mit der er sich eine Wohnung geteilt hatte, hatte ihn nur entgeistert angeschaut, als er verkündet hatte, er habe einen Job in einem kleinen Ort in der Arktis angenommen und hoffe, sie würde mitkommen. Zwei Tage später war sie ausgezogen. Er hatte seitdem nie mehr etwas von ihr gehört. Seine Schwester bemühte sich immer wieder, ihm Treffen mit Frauen zu arrangieren. Die zufällig schauten regelmäßig ihre Bekannten und Freundinnen vorbei, und Sika zerrte ihn zu jedem Kaffeemerk an Elosisat und den Nachbarorten. Diese Kaffeekränzchen waren für die Inuit die beliebtesten Treffen unter Verwandten, Freunden und Bekannten. Man schwatzte, man tauschte Neuigkeiten aus, man feierte gemeinsam. Er bemühte sich bei jedem Treffen, aber es funkte einfach nicht zwischen ihm und den Frauen. Zwar landete er mit einigen von ihnen im Bett, aber meist war es nach einer Nacht wieder vorbei. Und das Schlimmste? Nichts blieb hier geheim. Jeder wusste Bescheid, mit wem er gerade ein Rendezvous gehabt hatte, sogar worüber er und seine Begleitung geredet hatten. Schon lange musste er sich von allen möglichen Leuten gute Ratschläge anhören. Das war der Preis, wenn man irgendwo in Grönland lebte. Die Orte waren winzig, oft lebten nur ein paar hundert Menschen zusammen. Jeder kannte jeden. Wie Verwandte in einer großen Familie glaubten sie alle, etwas beitragen zu können oder einander helfen zu müssen, wie es die Inuit seit jeher taten. Und wenn sie einander nicht halfen, dann sprachen sie übereinander. Klatsch und Tratsch ersetzten die beste Fernsehsendung. So blieben ihm nur gelegentliche nächtliche Zusammenkünfte mit erlebnishungrigen Touristinnen, die Lust auf ein exotisches Abenteuer hatten und ihn, ihren Guide, zu sich ins Hotel einluden, weit weg von zu Hause und ohne den heimlichen Wunsch nach mehr. »Sehen wir uns heute Mittag im Hafen?«, fragte Sika. »Ich glaube nicht. Ich mache mit meiner Gruppe einen längeren Ausflug zu den Eisbergen von Kekataswak. Wir werden nicht vor Nachmittag zurück sein.« Ellesmere Island, Kanada, nördlich des achtzigsten Breitengrads. Christine betrachtete sich im Spiegel. »Macht mich dieser Daunenparker nicht sehr dick?« »Ah, du siehst wunderbar aus. Und draußen wirst du froh sein, was Warmes anzuhaben. Die Temperatur ist garantiert weit unter Null. Dazu der eisige Wind, das ist verdammt kalt, sag ich dir.« Richard nahm noch einen Schluck von dem Tee mit rum. »Ich wärme mich lieber von innen,« fügte er mit einem Lächeln hinzu. »Ich bin schon ein bisschen aufgeregt,« sagte Christine und überprüfte nochmals den Sitz der Kapuze. »Robben, Rentiere und Walrosse. Was haben wir nicht alles gesehen in den letzten Tagen? Und all die Wasservögel. Vögel, Vögel und noch mehr Vögel. Ich hab die ganzen Namen schon wieder vergessen, so viele. Vögel haben wir zu Hause ja auch, aber heute sehen wir endlich mal einen echten Eisbären in freier Wildbahn.« »Ja. Ich bin auch froh, dass wir uns nicht für die Tour zu den Eisbergen entschieden haben. Da versprechen Eisbären schon etwas mehr Action. Aber hoffentlich bekommen wir so ein Viech überhaupt für die Linse, wenn man bedenkt, was dieser Ausflug kostet.« Sie hatten sich diese Luxuskreuzfahrt, letzte Geheimnisse, in den Norden gegönnt. Raus aus dem Vorort von München. Etwas machen, das sich nicht jeder leisten konnte. Ein Krächzen ertönte aus dem Lautsprecher. »Die Gäste, die die Tour Könige der Arktis gebucht haben, bitte bereit machen. Treffpunkt in fünf Minuten an Deck. Ich wiederhole, in fünf Minuten an Deck.« »Na dann, geht's los?« Richard erhob sich. »Moment, ich brauch noch was für unterwegs.« Christine steckte zwei Schokoriegel ein und sah ihn verschmitzt an. »Wer weiß, wann wir wieder zurückkommen.« Am Deck der Nordic Adventure ließ ein unangenehmer Wind. Die Sonne war hinter blassgrauen Wolken verschwunden. Christine zog ihre Kapuze zu. »Blaue, rote und gelbe Gäste, bitte aufpassen!« Der Expeditionsleiter, ein Mann in den Dreißigern mit Vollbart und verspiegelter Brille hob die Hand. Er war kein Einheimischer, sondern tatsächlich Deutscher, sah aber aus, als hätte er schon viele Expeditionen geleitet. Christine war erleichtert. Ihr Englisch war sehr eingerostet und bei Richard sah es noch schlechter aus. »Bitte finden Sie sich zu Ihrer Gruppe zusammen. Die Farbe steht auf Ihrem Ticket für den Ausflug. Wir werden gleich in drei Zodiac-Schlauchboote einsteigen, jeweils acht Passagiere pro Einheit. Sie erkennen Ihr Boot anhand der Flaggenfarbe, blau, rot oder gelb an Bord. Bitte nur in das Zodiac einsteigen, das Ihre Farbe hat!« Seine Stimme ging beinahe im allgemeinen Geplauder der Teilnehmer unter. »Hallo, bitte aufpassen!« Der Bärtige klatschte in die Hände. »Bitte zuhören, das ist wichtig!« Es folgte ein zehnminütiger Sicherheitsvortrag, gespickt mit Hinweisen und Warnungen. »Und bitte denken Sie daran, das, was Sie gleich sehen werden, ist unberührte Natur. Im Sinne des nachhaltigen Tourismus bitte nichts von der Insel mitnehmen, keine Abfälle wegwerfen, immer zusammen in der Gruppe bleiben.« »Sehen wir den garantierten Eisbären?« fragte ein Mann mit Fellmütze. »Die Chancen stehen sehr gut,« antwortete der Expeditionsleiter. »Um diese Jahreszeit halten sich die Tiere für gewöhnlichen Strandnähe auf. Falls es Sie beruhigt, auf unseren letzten Ausflügen kamen unsere Gäste immer auf ihre Kosten.« Er sah jeden einzelnen seiner Gäste an. »Eisbären sind eine seltene Spezies geworden. Sie stehen auf der Liste der gefährdeten Arten. Daher haben Sie bitte Respekt vor diesen prächtigen Tieren. Wenn wir gleich ein Exemplar sehen, dann genießen Sie das Schauspiel. Selbst für mich ist das jedes Mal ein erhebender Moment. So einen Ausflug vergisst man sein Leben lang nicht.« Er zeigt auf die Treppe. »Und nun bitte in die Boote.« Ein Begleiter des Expeditionsleiters trug ein Gewehr mit sich. »Wollen Sie uns was zum Abendessen schießen?« fragte Richard grinsend, als er an ihm vorbeiging. Der Mann verzog keine Miene. »Die Waffe habe ich zu unserem Schutz dabei. Ist Vorschrift,« erklärte er ebenfalls auf Deutsch. »Eisbären sind Raubtiere. Sie werden 600 Kilo schwer und können ganz schön schnell unterwegs sein, wenn Sie wollen.« Er sah zu haben. In all den Jahren, die ich schon Expeditionen begleite, ist noch nie etwas vorgefallen. Die Zodiacs fuhren um die Nordic Adventure herum. Vor ihnen tauchte eine Insel auf. Elsemere Island zwischen Kanada und Grönland. Der Rumpf des Kreuzfahrtschiffs hinter ihnen wirkte wie eine vom Himmel gefallene Kulisse am falschen Platz. Ein monströser Fremdkörper vor dem Hintergrund gezackter Eisberge und schier endloser Flächen von Weiß. Pack-Eisschollen schwammen im Meer. Geschickt wichen die wendigen Zodiac-Schlauchboote aus. Gischt spritzte. Wassertropfen trafen die Gesichter der Gäste wie Eisnadeln. Alles war still, bis auf die Außenbordmotoren. Kein Vogel, keine Robbe, kein Insekt war zu sehen. Die Touristen schienen hier die einzigen Lebewesen zu sein. Sie fuhren in eine kleine Bucht. Die Boote landeten an einem flachen Strandabschnitt an. Helfer sicherten die Zodiacs und geleiteten die Gäste an Land. Es dauerte eine Weile, bis sich alle versammelt hatten. Tote Fische lagen überall herum, offenbar angespült. »Bitte die Tierkadaver nicht berühren«, rief der Expeditionsleiter. »Woran sind denn die Fische gestorben?«, fragte jemand. »Ich weiß es nicht. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Die Natur kann launisch sein«, antwortete der Mann und drehte sich um. »Gehen wir weiter.« Weit und breit kein Eisbär. »Wir marschieren ein Stück«, sagte der Expeditionsleiter. »Bitte folgen Sie mir alle im Gänsemarsch.« In einiger Entfernung waren Hügel zu sehen. Das Gelände stieg sanft an, das Eis knirschte unter den Füßen. »Da! Da ist er«, rief der Expeditionsleiter. »Was? Wer?« Der Ausflugsteilnehmer mit der Feldkappe deutete nach vorn. »Ein Eisbär! Da hinten!« Alle schauten in die Richtung, in die er zeigte. Tatsächlich bewegte sich in der Ferne etwas. Ein Eisbär. Soweit es für Christine erkennbar war, war es ein einzelner Bär. Er bewegte sich seltsam schleppend, schwankend, kraftlos, als wäre er verletzt. Dann verschwand das Tier hinter einem Hügel. »Wo ist er denn jetzt hin?« fragte eine Frau. »Der war viel zu weit weg. Wie soll ich denn da ein vernünftiges Foto hinkriegen?« rief jemand. »Genau«, sagte Richard. »Nützt nicht mal mein Teleobjektiv etwas.« Andere nickten zustimmend. Der Expeditionsleiter blickte in die Runde. »Also gut, wir gehen näher ran. Bis zum nächsten Hügel. Da haben wir Deckung und können das Tier aus der Nähe beobachten. Aber bitte zusammenbleiben und ruhig verhalten.« Einige Minuten marschierten sie bis zum Fuß des Hügels. Der Expeditionsleiter stieg hinauf und schaute von dort auf die andere Seite. Nach einer Weile gab er der Gruppe ein Zeichen, zu ihm aufzuschließen. Hinter dem Hügel sahen sie den Eisbären, vielleicht dreißig Meter entfernt. Das Tier war ausgemagelt, das Fell schmutzig grau, darunter zeichneten sich die Rippen ab. Mit der Schnauze wühlte der Bär im Eis. Dazwischen hob er immer wieder den Kopf und stieß Klagelaute aus. Jeder Schritt schien ihm Mühe zu bereiten. »Das arme Tier, ist es krank?« fragte eine Frau aus der Gruppe. »Liebe Teilnehmer, der Anblick hier wird Sie vielleicht schockieren, aber das ist der Lauf der Natur«, sagte der Expeditionsleiter mit gedämpfter Stimme. »Bitte denken Sie daran, Eisbären ernähren sich im Wesentlichen von Robben. Die fangen Sie, indem Sie auf Eisschollen lauern, bis die Robben zum Luftholen auftauchen. Aber durch das wärmere Klima gibt es immer weniger Packeis. Damit wird das Jagdrevier für die Eisbären kleiner und kleiner. Und an Land tun sie sich schwer, Nahrung zu finden. Deshalb müssen sie fasten. Die Notreserven in ihrer Fettschicht werden nach und nach aufgebraucht.« Schnüffelnd näherte sich das Tier, doch es schienen die Ausflügler nicht zu bemerken. »Oh mein Gott, wie traurig«, sagte Christine. »Der Eisbär wird noch verhungern, wenn er nichts zu fressen bekommt.« Sie packte einen ihrer Schokoriegel aus und warf ihn in Richtung des Tieres. Der Expeditionsleiter wirbelte herum und riss ihren Arm weg, doch es war zu spät. »Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?« Er war fassungslos. »Sie können doch nicht! Wir sind doch hier nicht beim Entenfüttern im Park!« Der Eisbär tappte zu dem Schokoriegel, roch kurz daran und schlang ihn gierig herunter. Er hob den Kopf und nahm Witterung auf. Dann fixierte er die Gruppe. Er stieß einen Laut aus, mehr ein Fauchen dieses Mal, und bewegte sich auf die Besucher zu. »Bleiben Sie ruhig! Nicht rühren!« Die Anweisung des Expeditionsleiters sollte ruhig klingen, aber er konnte seine Nervosität nicht verbergen. »Wir dürfen das Tier nicht erschrecken!« Wieder hob der Eisbär den Kopf. Er riss das Maul auf, zeigte die Zähne, er brüllte. Zielstrebig wurde er schneller. »Der greift uns an!« schrie eine blonde Frau aus der Gruppe. »Nichts wie weg, bevor wir alle aufgefressen werden!« Sie drehte sich um und rannte zurück in Richtung der Schlauchboote. Einige Ausflügler folgten ihr. Richard griff Christines Hand und zog sie mit sich. »Halt! Nicht!« rief der Expeditionsleiter. Aber es war zu spät. Die Gruppe löste sich in Panik auf. Die Menschen flüchteten. Sie liefen um ihr Leben. Einige schrien. Der Eisbär kam näher, geleitet von seinen Instinkten. Sein Gang war jetzt geschmeidig. Wieder ein Brüllen. Es klang wie der Ruf zur Jagd. Auf dem Hügel blieb er kurz stehen, fixierte seine Beute. Dann nahm er die Verfolgung auf. Die Teilnehmer hatten nur noch eins hier, den Strand. Auch der Expeditionsleiter hatte jetzt zu rennen begonnen. Unterwegs stolperten manche vielen hin, rappelten sich auf, stolperten wieder. Jemand schrie um Hilfe. Keiner beachtete ihn. Die Boote waren schon zu sehen. Der Eisbär war nur noch wenige Meter hinter den Langsamsten, die vergeblich zur Gruppe aufzuschließen versuchten. Christine blieb plötzlich stehen, fasste sich an die Seite. »Ich kann nicht mehr!« schnaufte sie. Ihr Atem rasselte. »Komm weiter, Schatz! Halte durch!« Richard versuchte, sie unterzuhacken und weiterzuschleifen. Viel zu nah hinter sich hörten sie das Knurren des Eisbären. »Tut mir leid. Es geht nicht!« Christine atmete schwer. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sie drehte sich um und sah, wie das Tier auf sie zukam, wie es zum Sprung ansetzte. Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen. »Einen Schuss!« Christine hob den Kopf. Kaum einen Meter vor dem Ehepaar brach der Eisbär zusammen. Aus einem Loch in seinem Kopf ran Blut und färbte das Eisrot. »Das war verdammt knapp!« sagte der Tourbegleiter mit dem Gewehr. Er hielt die Waffe weiter im Anschlag und ging um das Tier herum. »Der ist tot!« bestätigte er. Auf der Rückfahrt mit den Zodiacs sprach keiner ein Wort. Der Mann mit der Fellkappe hielt den Kopf gesenkt und schluchzte. »Guter Mann! Seien wir froh, dass wir überlebt haben! Die Situation können wir nicht mehr ändern!« Richard versuchte, ihn zu trösten. »Das ist uns allen an die Nieren gegangen, so ein schönes Tier. Aber sie werden darüber hinwegkommen.« »Ach, der Eisbär interessiert mich doch gar nicht!« Der Mann hob den Kopf. »Ich habe mein Handy auf der Insel verloren!« »Ich habe mein Handy auf der Insel verloren!«